Hallo beim Impulssender! Hallo Phil! Hallo! Normalerweise sage ich mehr, deswegen wart ihr jetzt vorbereitet. Hallo Phil! Hallo Ben! Hallo! Hallo! Wie geht's euch? Ja, 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 okay. Wir sind müde. Warum? Weil gearbeitet, hergekommen, Podcast. Wir haben noch nicht mal Angst. Nein, ich glaube, es ist alles viel besser. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war es, glaube ich, noch unglaublich heiß. Ja, das stimmt. Und jetzt sind nachts die Temperaturen schon fast im Gefrierpunkt. Ja. Angenehm meinst du? Wir haben nämlich Sommerpause gemacht. Das hat man aber gar nicht gemerkt, weil wir nämlich einfach nur nichts released haben. Das heißt, hier liegen jetzt nur noch so ein paar Sachen rum, die jetzt noch weg müssen. Und das hier kommt wahrscheinlich erst im Winter. Also von daher passt das alles sehr gut. Und wir haben uns diesmal einen Film angeschaut, der thematisch sehr zur aktuellen noch bestehenden Situation passt. Nämlich einer Pandemie. Der Film heißt Pandemie und ist ein koreanischer Film aus dem Jahr 2013. Korrekt. Und da geht's ja schon los. Ja. Das ist schon Quatsch. Also, weil eigentlich, genau, das ist ja schon Quatsch, weil es war ja gar keine Pandemie in dem Film. Weil es nicht global war. Ja. Richtig. Das ist ja gelogen. Es war ja noch nicht mal landesweit. Es war ja nicht mal landesweit. Aber das ist ja auch mal wieder nur der deutsche Titel, weil der orientalische Titel, der originale Titel, ist ja einfach nur Flu oder The Flu, also quasi die Grippe. Weil es halt um den, weil es um den, weil es um den Grippevirus geht, der mutiert und Party macht. Der internationale Titel ist, der internationale Titel ist für mich nicht lesbar. Da steht nämlich einfach koreanische Schriftzeichen. Ja, dahinter steht Gumgi. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ah, Deutsch-Grippe, okay. Aber vielleicht ist es auch einfach nur der koreanische Begriff für die Grippe. Das weiß ich nicht. Das müssen unsere koreanischen Zuhörer jetzt übersetzen. Genau. Ja, es geht um einen Vogelgrippe-Mutationsausbruch in Seoul. Seoul? Wie spielst du das aus? Seon? Ist nicht in der Hauptstadt. Das war eh ein Vorort davon. Genau, in Bundang. Ja. Und... Ich würde sagen, Ben, fühl du mal so ein bisschen ein, warum du den Film ausgesucht hast und was so die, ja, so die Rahmenbedingungen sind vielleicht. Warum ich den Film ausgesucht habe? Weil ich ihn tatsächlich sehr gerne mag, weil ich ihn mir in und wieder immer mal gerne angucke. Das hat jetzt auch tatsächlich nichts mit der Pandemie zu tun. Ich habe ihn auch, ja, nicht vorher gesehen. Er ist ja tatsächlich in Deutschland erst aufgrund der Pandemie veröffentlicht worden, sieben Jahre später. Der ist ja 2020 in Deutschland veröffentlicht worden, weil man dachte, man könnte so auf dieser Welle mitreiten, weil das jetzt ein aktuelles Thema ist, weil er, wie du gesagt hast, 2013 eigentlich in Südkorea schon rausgekommen ist, da auch in den Kinos gelaufen ist. Ähm, und ja, aktuell, also es ist ja wirklich so, dass in den letzten Jahren ja sehr viele koreanische Produktionen hier rüberschwappen, was auch sehr gut ist, weil die meistens tatsächlich ziemlich cool sind. Ähm, und ja, der wurde eben 2020 hier veröffentlicht, erst mal, weil man gedacht hat, man kann die Situation ausnutzen, ist ja ein aktuelles Thema, wir nennen ihn Pandemie und die Leute werden sich angucken und, ja, ich habe ihn mir halt auch angesehen, weil... Bei dir hat's funktioniert. Ja, bei mir hat's funktioniert. Du hast dir gedacht, nee, ich hab noch nicht genug von dem Thema. Weil ich, ähm, da sowieso in so einer Korea-Film- und Serienphase war, das hat bei mir dann tatsächlich angefangen, als, ähm, Parasite rausgekommen ist und dann den Oscar gewonnen hat. Und dann hat man ja wirklich an jeder Ecke überall koreanische Produktionen gefunden, sei es jetzt Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer. Aber, ja, den hat man da gefunden und ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt, als ich den gesehen hab, tatsächlich sogar auch in Prime. Und dann dachte ich mir, ich guck einfach mal rein. Und von dem etwas merkwürdigen Anfang abgesehen, äh, hat er mich unglaublich gut unterhalten. Und seitdem mag ich den und guck mir den tatsächlich regelmäßig immer mal wieder an. Mhm, okay. Ich hab von dem Film bis jetzt nichts gehört. Also, ich hab jetzt den zum ersten Mal gesehen, als du den hier vorgeschlagen hast. Mhm. Und ich kenne auch, aber das geht wahrscheinlich uns allen so, ich kenn auch die Schauspieler jetzt nicht wirklich. Ist da irgendjemand Bekanntes bei? Ähm, also einer der Charaktere, der, ja, ich kann's nicht, wir reden ja eh darüber, der, der, quasi der Antagonist, der am Ende versucht, dass... Ja, den hab ich schon mal gesehen. Der hat in Train du Poussin mitgespielt. Ach so. Das war der Ehemann von der schwangeren Frau. Ach so, genau weiß ich das nicht. Ja, ich hab, da hab ich mir nur gedacht, das Gesicht, das hast du schon mal gesehen. Dieses fleischige Gesicht war das, oder? Die anderen, die anderen kenn ich auch nicht. Okay. Und Phil, hast du den vorher schon gekannt, den Film? Nein. Auch nicht. An mir ist auch diese, also Parasite hab ich zwar gesehen, ich weiß auch gar nicht warum, aber diese, diese Korea-Welle ist ein bisschen an mir vorbei, weil eigentlich immer, wenn ich einen Film sehe, finde ich die unglaublich unterhaltsam. Also, das ging mir jetzt auch hier so, dass ich diese, diese Art, wie zumindest viele der Filme, die ich wahrnehme, die aus Korea kommen, mich irgendwie ganz schön ansprechen. Also, dieses, dieses, die, diese komische Mischung aus überdrehtem Schauspiel, was, was das Ganze immer so, so ins, ins Lustige dreht. Also, weil das ja, das ist ja jetzt eigentlich kein, ist ja eigentlich kein witziger Film. Aber da sind trotzdem ständig Szenen dabei, die, die ich einfach unglaublich lustig finde, weil die alle immer so auf, äh, Schauspiel auf Eleven drehen. Ja. Okay. Na gut, dann bringt es wahrscheinlich jetzt auch nicht so richtig, den, den Cast durchzugehen. Doch, das sollten wir vielleicht trotzdem machen, damit wir die Rollen mal zumindest eingeführt haben. Weil dann sprichst du über all die Namen aus. Wir müssen sie ja zwischendurch eh aussprechen, oder? Es wird ja wohl nichts dran vorbeiführen. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hab den Film jetzt bestimmt schon fünfmal gesehen. Und bis auf das Mädchen kann ich mir keinen einzigen Namen merken. Naja, gut, aber dann müssen wir ja trotzdem irgendwie jetzt gleich über die Leute reden. Man kann Leute ja anhand ihrer Funktionen beschreiben. Anhand der Positionen und Jobs kann man sie ja eigentlich relativ gut bestimmen. Der Präsident. Wir haben. Der Präsident. Wir haben. Der Typ vom CDC. Ah, nee, von der WHO. Kin in Hay. Das ist die Hauptrolle, würde ich sagen. Das ist die Ärztin. Ja, richtig. Und Mutter von. Ja, ich dachte, den Namen weißt du. Miré. Ich glaube, im Janischen wird sie Miré ausgesprochen. Genau, hier steht nur Kim Miré. Kim Miré. Genau. Dann ist das die Tochter. Weil der Name wird ungefähr 800 Mal gerufen in diesem Film. Genau. Die ist, glaube ich, ist die noch im Kindergarten oder Vorschule oder so? Auf jeden Fall, der kann noch nicht lesen irgendwann. Genau. Am Anfang. Und der männliche Hauptdarsteller ist Kang Yi Ko. Und der ist bei der Feuerwehr oder Rettungsdienst. Sagen sie auf Deutsch. Mhm. Mhm. So. Und dann gibt's noch Bae Jong-Up. Den kenn ich nicht. Ach so, das ist ein Kumpel. Das ist der Sidekick von ihm. Das ist zum Beispiel so einer. Also von dem konnte ich fast keine Szene irgendwie ernst nehmen. Ja. Weil der auch innerhalb des Films noch mal, noch mal mehr aufgedreht hat. Ja, da war's auch nicht nur der Schauspieler. Ich glaub, da war's auch wirklich die Rolle dahinter. Ja. Und die deutsche Synchro. Also da müssen wir auch... Das kenn ich tatsächlich gar nicht. Hab den Film noch nie auf Deutsch gesehen. Ja, da müssen wir gleich auch mal zugucken. Weil genau aus... Also dieses Duo, die beiden zusammen, die fand ich ganz schlimm tatsächlich. Das war ja wie ein Jackie Chan-Film, wenn man das auf Deutsch gesehen hat. Und das passte überhaupt nicht zum Rest. Und das ist vielleicht auch das, was du mit dem Anfang gleich meinst. Ja, tatsächlich. Reden wir dann noch mal darüber, wenn wir zum Anfang kommen. So, dann gibt's noch Jeon Gok Wan. Ähm, das ist der, den du eben meintest, der Antagonist. Der war, glaub ich, so ein General, oder? War das nicht der gleiche, wie der auch der General war zwischendurch? Dieser Armee-Chef? Ja, ja, der war, glaub ich, irgendeiner, der da in diesem Flücht... Oder in diesem Quarantäne-Lager da eine ziemlich hohe Position... Genau, der zwischendurch mal so meinte, nehmen sie die Waffe runter. Man zielt nicht auf Zivilisten oder sowas. Ja. Und, ähm, ja, das war's eigentlich so. Und dann gibt's tatsächlich irgendwelche Rollen, die's noch gibt, wie... Es gibt den Präsidenten, es gibt noch irgendwie den... Ich weiß nicht, ob der Verteidigungsminister war. Der Premierminister. Okay, Premierminister. Und dann gab's noch irgendwie so einen, ähm, US... Den Bösen von der CIA. Genau. Ja, der war tatsächlich von der WHO. Und ich glaub, er war Brite, weil im koreanischen Original, ähm, also im Original quasi, hat er mit einem unglaublich krassen britischen Akzent gesprochen. Okay. Ich hätte gedacht, das ist ein Ami. Und ich dachte, der wär... Der mit dem Knopf im Ohr. Ja. Ja, ist ein Mr. Snyder. Ja, genau, Snyder, ich erinnere mich an den Namen. Okay. Nee, der ist, äh, war von der WHO. Ah, okay. Das macht ja total Sinn, dass die WHO... Gut. Dass die hier amerikanische Militärin... WHO kommentiert die amerikanische Luftwaffe, ja, warum nicht? Genau. Gut. So, dann soviel eigentlich zum Cast. Regie Kim Sung-soo. Kenne ich leider auch nicht. Ich kann nicht mehr über ihn sagen. 1961 geboren, südkoreanischer Filmregisseur und Drehbuchautor. Habe auch keinen seiner an. Ich habe jetzt mal geguckt, ich kenne keinen seiner anderen Filme, also... Macht aber schon seit 1990 Filme. Wahrscheinlich hauptsächlich dann in Südkorea bekannt. Ja. Und... Ja, das war's. Drehbuch auch von ihm. Also nicht nur. Es gibt... Da ist er noch Lee Young-yong genannt. Aber er ist Drehbuchschreiber und Regisseur. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein, weil ich kann die Namen auch alle nicht aussprechen. Ja, ähm, die, die allererste Szene sah noch viel, da dachte ich, okay, das wird ein richtig ernster Film, weil es beginnt ja irgendwie so mit, mit irgendwelchen Leuten, die in, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich, in Hongkong oder so, die in so einen Schiffscontainer steigen. Und da offensichtlich sich, äh, illegal verbringen lassen nach, nach Korea. Und die Szene, da fand ich tatsächlich gar nichts lustig. Also das, 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 das war irgendwie gleich so, weil die, die, die Leute da im Dunkeln so zusammen gedrängt waren und, äh, da war ja auch schon dann der, der eine dabei, der, der krank war und da dachte ich mir, okay, äh, der Film geht zwar zwei Stunden, aber fängt schon direkt in, in Minute eins. Das, also ich bin davon ausgegangen, die, die kommen da dann an und der Container geht auf und das hätte tatsächlich auch zu dem Anfang gepasst, wenn es irgendwie in eine Richtung, in Richtung Zombie-Apokalypse gegangen wäre, finde ich. Stimmt, ja. So von dem Einstieg. Mhm. Da war ja noch der eine dabei, der dann schon die ganze Zeit hustet und dann sagt, neun, neun, ich bin nicht krank. Ja. Ja. Und dann hat sich die Stimmung ja aber doch noch ein bisschen, doch noch ein bisschen, äh, gehoben, als es, als es dann, dann darum ging, hier die Hauptcharaktere einzuführen. Die Hauptcharaktere einzuführen, genau. Denn? Weil ja eben die, die, die Ärztin aus, äh, irgendeinen Autounfall hatte und irgendwo mit dem Auto eingeklemmt ist. Ja, nicht nur eingeklemmt, die ist ja irgendwie in so einem Schacht, U-Bahn-Schacht oder irgendwas wird da gebaut. Ja, irgendwo ist sie mit dem Auto runtergefallen und muss da auf jeden Fall gerettet werden. Und die Szene, die kann man ja schon nicht ernst nehmen. Also weil das so ein Quatsch ist, einfach wie, wie, also weil, äh, äh, das ganze Ding, der Typ zahlt sich da alleine, äh, runter, weil die, äh, Kollegen, äh, die, die sind alle, entweder haben sie zu viel Schiss oder kein Bock oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt so, er sagt, ich geh da runter und die anderen sagen, ja gut, okay, äh, wir drücken dir die Daumen, ne? Wir warten dann hier. Ja, und dann diskutieren die da unten zehn Minuten irgendwie, äh, ob er, ob er sie jetzt aus dem Auto rausholen kann und ob das jetzt aber, äh, gut angebracht ist, weil, weil, weil ihr Rock zwischendurch zerreißt. Und es wird auch gleich von Anfang an irgendwie klargemacht, dass, dass, dass er sie irgendwie geil findet und dann wird er, also es ist, Gefühl der Bedrohung kam in der Szene nicht auf. Hm. Ja, ich hab's, wie gesagt, ja, auf Deutsch gesehen und da war schon dieses, dieses Jackie Chan Buddy Movie Dings die ganze Zeit, das hat mich extrem gestört. Immer wenn diese beiden irgendwie zusammen, was machen, sie haben immer über das gleiche Thema gesprochen, nämlich das war die Frau, die immer, immer wieder, der Sidekick, immer wieder die gleichen Themen und das ging jetzt hier schon los. Ich weiß nicht, war das, war das jetzt im Englischen oder im Original, ich weiß nicht, wie Jackie Chan Filme im Englischen oder im Original sind, aber irgendwie, ich hatte die ganze Zeit, erst dachte ich, ist es das hier irgendwie eine Bud Spencer Terence Hill Synchro und dann dachte ich, oh ne, das passt auch zu Jackie Chan. Eine Jackie Chan Assoziation hatte ich, hatte ich da jetzt nicht, aber es war, es war ja, wie eine Bud Spencer Terence Hill Synchro. Ja, ich mein, der, der Inhalt war ja der gleiche, also die haben jetzt im Koreanischen nicht, nicht über Physik Nobelpreis geredet. Ja, aber das kann ja tatsächlich durch die Synchshow kommen, das war ja auch bei diesen Synchshows da oft so früher und dass, dass das zum Beispiel ganz ernst war im Original, das ist hier nicht so. Habe ich, habe ich jetzt, aber, also ich habe das nicht als einen superernsten Film wahrgenommen. Also bei mir, bei mir ist es eher so, dass ich durch diese, und deshalb schaue ich die Filme auch immer gern noch im Originalton, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, weil man da ja wirklich gar nichts versteht. Weil die, weil die, weil die nicht nur übertrieben spielen, also mit ihrem Gesicht, sondern auch übertrieben sprechend, finde ich. Also wie, wie viel er die ganze Zeit versucht wird, 200 Prozent Emotionen in die Stimme zu legen. Und das, das, da auch der Fall, finde ich, für mich. Ja, das ist ja genau, im Original, in der koreanischen, im koreanischen Original ist es genauso. Also vielleicht ist die Stimmlage anders, aber wie gesagt, ich kenne die deutsche Synchronik, aber wie sie miteinander reden und wie sie, wie sie sich behandeln gegenseitig, sich gegenseitig so, als wären sie auf Drogen die ganze Zeit so an, anstoßen und zu schubsen und so. Es gibt, es gibt irgendwann später in dem Film eine Szene, wo der, wo der Verteidigungsminister den Präsidenten anschreit, weil er meint, er weiß es besser zu, da habe ich gedacht, sein Kopf platzt gleich. Stimmt, ja. Ja gut, aber das, das war ja zumindest irgendwie ernst und das hier ist ja wirklich so. Ja, aber das, aber das ist dann auch schon, also die Szene ist dann wahrscheinlich ernst gemeint, aber dieses... Dieses völlig Übertriebene führt bei mir einfach immer dazu, dass ich, dass, dass es, also das ruiniert mir den Film überhaupt nicht, aber das, das gibt allen Szenen irgendwie so eine, so eine witzige Note. Aber Ben, du meintest ja eben den Anfang der Gefühle nicht, war das genau das jetzt? Ja, tatsächlich waren das die Szenen in dem Tunnel und auch davor und danach, wenn die, die beiden, die beiden Rettungskräfte halt miteinander reden und wie die sich halt untereinander behandeln und so weiter. Das war mir schon fast ein bisschen zu viel, aber ich dachte mir, gut, guckst du halt weiter, Setting klingt immer noch gut und vielleicht wird's ja noch und man muss auch wirklich sagen, das wird auch wirklich deutlich weniger im Laufe des Films. Ähm, was wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass die beiden danach halt auch relativ wenige Szenen zusammen haben. Ja. Ja genau, also genau den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass ich, oh Gott, muss ich jetzt diese, 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 dieses Duo die ganze Zeit ertragen, aber es wird ja dann zum Glück tatsächlich weniger. Ja, genau. Also nach den ersten 10 bis 15 Minuten hat man's eigentlich geschafft. Ähm, wenn, wenn sie dann gerettet wird, die Ärztin, ähm, konnte sie ja irgendwie ihre Tasche nicht, nee, das fällt ihr da jetzt, glaube ich, noch gar nicht auf, oder? Doch, das fällt ihr schon auf. Also sie hat dann irgendwie ihre Tasche mit irgendwelchen wichtigen Unterlagen nicht mit dabei. Genau. Und fragt dann den, den Retter nochmal, ob er die Tasche holen kann, das lehnt der aber erst mal ab. Die, 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 die wird, die wird schon ziemlich unsympathisch eingeführt, finde ich. Stimmt. Weil sie, 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 sie geht so unfreundlich mit, mit den, mit den Rettungskräften da rum und geht dann später wie selbstverständlich davon aus, dass er ihr jetzt dann aber hilft, dann nachts nochmal in dieses Loch reinzuklettern und, und ihre Unterlagen rauszuholen. Und stellt sich dabei an, wie, wie, wie der letzte Trampel fällt die ganze Zeit hin und das, also, ich, ich bin am Anfang, dachte ich nicht, dass sie jetzt so eine der tragenden Rollen, also eine der, der, der Protagonistenrollen in dem Film wird, weil, weil die so, so unsympathisch und doof war. Ja, ähm, genau, die wird ja, ich finde sogar, dass eigentlich die Hauptdarstellerin im ganzen Film hinterher, ich finde, die hat mehr Screentime, was heißt, das ist ja keine Empfindungssache, ich weiß nicht, ich hab's nicht gezählt, aber ich glaube, die hat mehr Screentime als, als der männliche Gegenpart. Keine Ahnung. Ja, kann gut sein. Und, ähm, sie arbeitet irgendwie an einem, an einem medizinischen Institut oder Kranken, Krankenhaus ist es, glaube ich sogar, sie muss ja dann später auch zu dem Notfall und forscht aber auch, glaube ich, so wie das aussieht, hatte ich das, oder? Genau, sie hat Forschungsdaten ja auch dabei, ja, ja, genau. Weiß nicht, ob das ein USB-Stick war oder so, auf jeden Fall hatte sie irgendwelche Forschungsergebnisse dabei, die halt nicht verloren gehen sollten und, ja. Genau, da gibt's nämlich dann diese Szene im Krankenhaus, wo sie das erklären muss, dass die weg sind und, äh, sie das jetzt nochmal machen muss. Aber gleichzeitig, ähm, erbarmt sich ja dann der, ähm, Retter doch und holt die und kontaktiert dann irgendwie die Tochter. Ja, das Handy der Ärztin ist noch in der Tasche und die Tochter ruft auf dem Handy. Ah, so schon, verstehe, genau. Genau, weil sie von der Schule abgeholt wird oder vom Kindergarten, was auch immer, weil sie will auf jeden Fall abgeholt werden. Ja. Genau. Und er gibt ihr dann diese, diese Sachen wieder. Mhm. Mhm. Und so lernen die sich kennen und ich glaube, er bringt sie dann auch nach Hause. Abends sieht man dann halt noch so kurz, wie die, die Mutter kommt dann nach Hause und dann freut sie sich, dass die Sachen doch da sind. Und, ähm, dann wünscht sich die Tochter eine Katze, hat aber leider eine Katzenallergie. Und dann kriegt sie was zu essen dafür. Statt Katze. Und, also ihr Lieblingsessen. Und dann muss auch die Mutter gleich wieder weg, weil sie nämlich zu einem Notfall gerufen wird. Wir haben aber eine wichtige Szene vergessen. Nämlich, wo drin sich der Notfall begründet. Ach so, ja, der vorgenannte Container. Genau. Ja. Der, der jetzt ankommt und, und seine, ähm, ja, sein Inhalt da jetzt verbreitet. Du hast ja gesagt, einer, da war einer krank. Und in dem Container sind, ich glaube, es sind sogar alle tot, bis auf, bis auf einen. Nein, nein, einer lebt noch. Ja, genau. Nichts auch einen. Aber es ist ja so, dass, ähm, genau, dass ja erst der, dieser kranke Bruder von diesem Schmuggler-Duo ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil es ihm ja scheiße geht. Mhm. Und dadurch das Ganze ja dann erst ins Rollen kommt. Ja. Weil er auf dem Weg ins Krankenhaus halt auch in der Stadt schon mehrere Leute ansteckt. Man sieht ja dann so, sozusagen aus der Ego-Perspektive des Virus, wie es sich dann von ihm in Richtung der Leute in der Apotheke verteilt. Oder was auch immer, die kleinen Kinder, die vor ihm rumspielen, wie es die Kinder infiziert und so weiter. Also er verteilt seinen, seinen Rotz halt relativ effektiv auf der Straße und in verschiedenen Gebäuden. Ja. Und den, den sie rausgeholt haben, das ist ja auch so ein, weiß ich nicht, so ein Teenager, ähm, der, der überlebt hat. Da dachte ich mir schon, okay, der hat bestimmt dann jetzt die Antikörper und den brauchen sie am Ende. Und so war es dann auch. Ja, das hätte er ja nicht überlebt, ne? Genau. Und der haut dann aber ab, oder? Der haut ab, genau. Genau, weil die beiden, die beiden Schmuggler haben ja den Container aufgemacht, um zu gucken, also, weil sie auch ihre Kohle haben wollen, und zu gucken, wie es den Geschmuggelten geht. Und als sie dann die Tür aufmachen, kommt ihnen da so ein leicht unangenehmer Geruch entgegen. Weil natürlich alle da drin gestorben sind, bis auf diesen einen halt. Und da wahrscheinlich auch relativ warm drin war. Und das Ganze dann, ja, die Leute angefangen haben, äh, nicht mehr so lecker auszusehen. Sie flossen raus, als sie die Tür aufgemacht haben. Ja, sie filmen ja dann mit dem Handy, äh, quasi den Inhalt des Containers und auch den Überlebenden. Genau, und als sie, dann nehmen sie ihn ja mit. Und, glaube ich, und verflüchtet er dann nicht später aus dem Auto? Während sie an irgendeiner Tanke warten? Ja, er muss auf jeden Fall abgehauen sein. Genau. Ja. Und, äh, der, der eine Bruder halt, der, dem, ich weiß nicht, ob ihm die Maske runterrutscht oder irgendwas anfasst, auf jeden Fall infiziert er sich in dem Container. Und dadurch wird er halt krank. Und deswegen bringt sein anderer Bruder ihn dann eben erst zur Apotheke und dann ins Krankenhaus. Ja. Da werden die Leute angesteckt. Und der, ähm, der Teenager, der da flüchtet, der heißt Monsai. Den Namen hört man sehr prominent, weil er später immer gerufen wird. Auch von der Kleinen. Genau. Genau, aber zu diesem Notfall, nämlich der Bruder, der dann, ähm, kollabiert im Krankenhaus und auf keine Medikamente anspricht, da wird dann die, die Ärztin gerufen, weil die, ähm, keine Ahnung, Bereitschaftsdienst hat oder so. Oder, oder besonders gut ist und sonst niemand weiß, was, was da helfen kann. Ja, genau. Aber er stirbt halt. Relativ schnell tatsächlich auch. Und der nichtkranke Bruder rastet dann halt im Krankenhaus völlig aus und, ähm, infiziert, glaube ich, damit auch mehrere Leute, die da arbeiten, weil er halt dann die, die Isolation bricht. Das heißt, der ist auch krank, oder? Er hat nur noch keine Symptome, weil du sagst, der infiziert die. Aber, äh, die struggeln halt ein bisschen darum, weil er will halt seinen Bruder mitnehmen, der ist aber tot und dann ziehen sie ihn von der Leiche weg und dabei verlieren manche der Mitarbeiter auch ihre Masken und ihre Handschuhe und so weiter. Also, es werden wohl auch Mitarbeiter im Krankenhaus infiziert, zumindest habe ich das so verstanden. Ja. Und dann finden sie halt das Handy, mit dem dieses Video aufgenommen wurde und dann kommen sie eben diesem Container auf die Spur. Genau. Und sie wissen auch, dass es diesen jungen Monsai geben muss, weil der wurde auch gefilmt und dass der noch irgendwo sein muss. Und sie vermuten da schon, dass er die Antikörper haben kann, oder? Weil der eben da drin überlebt hat. Genau. Dieser Container war halt die perfekte Brutstätte. Der war quasi, der war geschlossen, da drin hat sich ein eigenes Ökosystem gebildet, ganz plump gesagt. Und ja, dadurch ist dann dieser Vogelgrippe-Virus wohl mutiert innerhalb dieser kleinen Welt, die er da hatte in seinem Container mit relativ viel Nahrung und ist dann halt zu diesem Super-Virus mutiert. Der ist ja in die Richtung mutiert, dass er sich jetzt von Mensch zu Mensch übertragen kann, weil das ursprünglich ja nicht ging. Genau. Und innerhalb von 36 Stunden zum Tod führt. Genau. Wobei das ja eigentlich positiv ist, oder? Das habe ich mir auch gedacht, ja. Weil es für die Inkubationszeit sehr überschaubar. Ja, stimmt. Weil es gibt da dieses, es gibt so Spiele, wo man auch so ein Viren, die Pandemie oder so heißt das doch auch. Und da kommt es immer darauf an, dass man nicht zu tödlich sein darf, weil man sich sonst nicht verbreiten kann. Zumindest nicht am Anfang. Genau. Zumindest nicht am Anfang. Ja. Genau. Also irgendwie 36 Stunden und das kriegen die jetzt alles so ziemlich schnell raus. Und dann will der Professor von dieser Klinik, der wird immer Professor genannt, der will dann auch irgendwie gleich den Notstand ausrufen. Aber die Politiker haben da was gegen von Anfang an natürlich. Ja, sie finden ja dann auch den Container und öffnen den. Und da waren halt schon Rattenzugange an den Leichen. Und in dem Moment, wo sie den Container öffnen, flüchten halt Dutzende Ratten quasi in die Freiheit. Die alle natürlich infiziert sind, weil sie von den Leichen gefressen haben und verteilen dadurch das Virus natürlich dann auch in der Umgebung, in der Stadt, wo immer sie hinrennen. Ja, sie verbrennen dann den Container und den Inhalt, aber es ist natürlich schon viel zu spät. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Ratten das übertragen. Das kann man andeuten, weil Ratten gerne Krankheiten übertragen, aber wir wissen ja gar nicht, ob das Video, Video, das Virus von den Ratten übertragen werden kann. Aber wäre auch egal, weil es wurde ja vorher schon in der Stadt verbreitet. Genau, sie flammen dann da alles ab. Ja, und dann gibt es so erste Maßnahmen, weil der Professor kann sich so ein bisschen durchsetzen. Am Anfang wird ihm nicht geglaubt und dann sagt er halt, das kann sich eben über das ganze Land ausbreiten, wenn wir hier nichts machen. Am Anfang sind die Skeptiker ja noch, die wissen ja noch gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Also, dass es überhaupt übertragbar ist und das kommt dann aber ziemlich schnell raus. Ist es überhaupt so gefährlich? Genau. Ja, du hast doch gerade erst Alarm geschlagen wegen der Schweinegrippe und da war auch nichts. Ja, und sie lachen ihn ja dann auch aus und nehmen ihn überhaupt nicht ernst, wie du sagst. Genau, weil das war doch alles schon, das war ja auch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an und so weiter. Und da knallt es dann nicht schon draußen vor den Fenstern? Weil dann quasi die ersten Busfahrer ohnmächtig werden und mit ihren Bussen in irgendwelche Häuser fahren oder so. Stimmt, sieht man ja. Ja, und die Dinge explodieren. Dass sie dann alle so den Fenstern rausgucken, genau, einer fährt in eine Tankstelle oder so. Die stellen auch immer den Fuß voll aufs Gaspedal, wenn sie ohnmächtig werden. Ja, natürlich, man fällt dir so nach vorne dann. Ach so. Verkrampft sich dann der Fuß vielleicht. Aber nur der auf dem Gaspedal. Genau, auf jeden Fall sieht man dann, wie das alles eskaliert, während der Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann wieder mit der Tochter unterwegs ist, weil sie nämlich erst mit diesem Monsai, die hat diesen Monsai getroffen durch Zufall und wollte Hilfe holen, weil sie auch gemerkt hat, dass er krank ist, weil er hat, also wir wissen zwar, der hat diese Antikörper wohl, aber der ist halt trotzdem krank und hustet und so weiter. Und verteilt auch den Mist. War halt trotzdem irgendwie ein, zwei Wochen in diesem Container unterwegs. Genau, und dann will sie Hilfe holen und er ist dann aber weg, wenn sie wiederkommt. Und Hilfe ist in diesem Fall zufällig wieder dieser Feuerwehrmann, der nämlich, warum auch immer jetzt, weil er der Mutter immer nachstellen will, da machen ja er und sein Buddy auch immer dann Witze drüber und er will nochmal zu ihr hin und dann findet er aber eben nur die Tochter. Und er denkt, das wäre eine Katze Monsai und sucht jetzt mit der Tochter die Katze. Und dabei sieht man halt um sie rum dann so nach und nach, wie alles den Bach runter geht. Genau, wie das immer so ist, wenn man die ersten spektakulären Filme sieht. Äh, Filme. Fälle. Fälle. Genau. Ich glaube, sie kontaktieren dann auch irgendwie die Mutter. Achso, und dann sitzen sie erstmal in diesem Schnellrestaurant. Ähm, wo, was erzählt denn da die Kleine? Sie haben halt eine ganz gute Zeit zusammen. Ja. Also das soll ja so ein bisschen zeigen, dass die einfach bonden, weil er muss ja jetzt dann ganz lange auf sie aufpassen. Und da kommt dann schon raus, dass sie wohl auch, ähm, krank geworden ist, wahrscheinlich durch den Kontakt mit Monsai. Und, ähm, weil sie, 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 sie kriegt dann auch Fieber und so. Sie schläft dann ein da in, in diesem Lokal. Ja. Ja, dann, dann geht's schon los mit der, mit der Evakuierung. Genau, jetzt, wo es nämlich ernst wird, sind natürlich die Politiker die Ersten, die sich evakuieren lassen. Genau, also die ganzen, die ganzen wichtigen Leute. Genau, richtig. Und sie sagt aber natürlich, nein, ohne meine Tochter kann ich hier nicht weg. Genau, weil diese Krankenhaus- oder diese, diese CDC-Mitarbeiter werden natürlich auch ausgeflogen, damit die aus sicherer Entfernung sozusagen das Ganze bearbeiten können. Ja. Und ja, sie geht halt nicht mit. Also das soll ja tatsächlich auch irgendwie da, äh, CDC, also es ist, soll das, soll das hier einfach die, die koreanische Variante sein oder die, also weil ich fand das gar nicht unplausibel, dass, dass die Amerikaner da, da so, da so stark mit reinreden, weil es sind ja gar nicht so wenige, äh, amerikanische Soldaten in Südkorea. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, es gibt tatsächlich auch eine Korean, also die Koreaner haben natürlich auch so einen Seuchenschutz-Dingens in ihrer Regierung und das hieß, glaube ich, damals auch oder es hieß, glaube ich, auch mal CDC. Okay. Nur, äh, war das eben dann die koreanische Variante davon. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so heißen. Ja, ich hab mir das nur, nur so erklärt, warum da, also ja dann später auch irgendwie amerikanische Generale und so weiter damit, mitentscheiden, wie Südkorea selber mit so einem, ja. Und ein Britter von der WHO. Und ein Britter von der WHO, ja, das war, ja. Ich dachte auch, dass die WHO den USA gegen Überweisungsbefugt ist. Okay. Aber ja, also, dass, dass die, dass die USA da breitbeinig auftreten würden bei sowas, das finde ich jetzt gar nicht so. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie diese ganzen Militärverträge mit Korea und den USA abgeschlossen sind. Vielleicht haben die Amerikaner da tatsächlich irgendwelche Rechte in solchen Situationen. Rechte weiß ich nicht. Also jetzt bestimmt nicht hier, wir, 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 äh, bombardieren irgendwie ein paar tausend Menschen da, also so jetzt nicht, aber dass die da klar sagen, wir erwarten, dass das und das passiert. Ja. Weil sonst sind, sind unsere Soldaten selber auch gefährdet. So, 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 so was, glaube ich schon. Also, weil die, die haben da doch irgendwie, weiß ich nicht, ein paar zehntausend. Mhm. Die haben da tatsächlich auf jeden Fall ein eigenes, äh, Team, eine eigene Abteilung. Ja, naja, aber eigentlich sind wir da ja gar nicht. Nee. Nee, weil sie jetzt den, die Evakuierungshubschrauber nicht erreichen wollen, schrägstich können, weil die Tochter eben noch gesucht wird, ähm, 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 ja, da sagt der Professor noch irgendwie, wenn, wenn sie dann da in dieses Lager, dass da so ein Lager eingerichtet wurde, wo die Kranken alle hingebracht werden oder überhaupt alle Leute hingebracht werden, ähm, dass da irgendwie so ein Sportstadion oder so. Ja, er lässt sie auf die Liste setzen. Genau, da lässt er sie auf die Liste setzen. Ja, das ist alles kein Problem. Soll ihren Namen sagen, wenn sie ankommen. Ja, und dann wird sie auch ausgeflogen. Alles gut. Wir haben Geld. Und dann kommt natürlich die Szene, die es in jedem, in jedem, äh, Film dieser Art gibt, so junge Leute, äh, also junge Soldaten fahren in, fahren in LKW durch die Gegend und es werden unter, äh, Scheinwerferlicht-Zeltstädte errichtet. Ja. Ja. In der Nacht. Es muss immer in der Nacht sein. Stimmt. Ja. Mir fehlt nur noch Regen. Ja. Unser Gewitter im Hintergrund. Ja, also weil in, in, in diesem, in diesem, es gibt ja tatsächlich wohl einfach ein großes Lager für, für diese Stadt und nicht, nicht mehrere. Äh, man sieht ja dann so eine kurze Szene wieder, wie Soldaten so von Haus zu Haus gehen und, und dann Leute aus ihren Wohnungen holen und in das Lager bringen. Und da landen ja auch unsere drei. Oder vier sogar, weil die, hier die beiden, beiden Feuerwehr-Buddies sind ja mal wieder kurz, kurz, haben ein paar Szenen zusammen. Ja, stimmt. Die treffen sich ja dann wieder, wenn sie die Tochter finden in dem Kaufhaus. In dem Kaufhaus, genau. Und dann rettet der Feuerwehrmann mit dem Retterkomplex noch, ähm, die Leute aus dem Kaufhaus, weil da so eine Stahltür zugegangen ist. Und dann, ja. Ja, die wurden ja vorher durch, äh, durch hier so Riot-Police mit, mit Schutzschilden und Knüppeln in dieses Kaufhaus zurückgeprügelt und dann wurden ja einfach die, diese, diese Schutztore geschlossen, diese, diese Gitter runtergelassen, damit die Leute nicht mehr aus diesem Kaufhaus rauskommen. Ja, und dann rettet er die Leute aus dem Kaufhaus in das Lager. Genau, weil er hat natürlich, weil er muss ja Leute aus Autos rausschneiden, hat er also auch einen schönen Schneider und kann damit dann eben entsprechend auch dieses Ding aufschneiden, was allerdings ein bisschen länger dauert. Genau, deswegen werden die getrennt. Ja. Ja, und die, ähm, Ärztin mit ihrer Tochter kommt jetzt erst mal alleine in dieses Lager. Die anderen sind dann weiter dahinter, die beiden Buddies. Ja, die kommen, kommen mit der anderen Gruppe, mit der Kaufhausgruppe dann nach. Ja. Da kriegt dann jetzt jeder eine Nummer bei der Eindieferung, wird untersucht und wer irgendwie Symptome hat, wird nach links geschickt und die anderen werden nach rechts geschickt. Aber so lange, bis das Testergebnis da ist, werden, werden, werden alle einfach in den Zelten zusammen. Genau. Ja, auch auf die Gefahren, dass sie sich dann da gegenseitig anstecken. Also, weil es ja wirklich so ein was, ich glaube, die reden irgendwann von, von irgendwie für 50 Prozent der Infizierten sterben oder so. Nee, äh, werden krank überhaupt nur, oder? Ach so, 50 Prozent werden, werden infizieren. Aber gut, das heißt ja auch dann, dass die sterben, weil der Tod ja nach. Weil es sterben alle, die sind infiziert. Ja, weil es gibt noch keine Heilung, genau. Genau, und der, ähm, der Junge, äh, muss man sagen, sei, ist auch schon da. Wird auch da eingeliefert. Das heißt, da treffen die den wieder. Und die Ärztin stellt fest, dass ihre Tochter auch Symptome hat, weil sie nämlich so einen Hautausschlag hinter ihren Haaren entdeckt, was da so ein typisches Symptom ist. Und versteckt aber jetzt diese Symptome, damit sie nicht getrennt werden. Es ist ja so, dass die Leute untersucht werden und, äh, genau, hast du ja, glaube ich, gerade gesagt, sie kommt, sie ist ja nicht infiziert, die Ärztin, sie kommt also ganz normal durch. Ihre Tochter ist theoretisch infiziert, aber sie schafft es, das irgendwie zu unterschlagen. Ähm, sodass sie durch diese, durch diese Untersuchung durchkommt, ohne dass es auffällt. Und, ähm, dann beginnt sie ja auch wieder zu arbeiten, quasi in den Labors, äh, dieser Quarantäne-Einrichtung. An dem, an Motsai. Genau, weil sie, da haben sie ja jetzt irgendwie identifiziert, als den, den Heilsbringer sozusagen. Und aufgrund der kurzen Zeit schlägt sie ja dann vor, dass man quasi seinen Blut oder seine Antikörper direkt in eine infizierte Person, äh, injizieren sollte, um einfach zu schauen, was passiert. Aber das wird ja dann von den, von den höheren Medizinern abgelehnt, sodass sie quasi, äh, das im Geheimen machen muss und als Testperson nutzt sie dann eben ihre Tochter, weil der geht es eben von Tag zu Tag schlechter und sie kann auch nicht mehr lange eben verheimlichen, dass sie krank ist. Sagen wir von Stunde zu Stunde. Ja, okay, das stimmt. Tatsächlich, wenn man bedenkt, dass sie nach 36 Stunden tot sein wird. Ja. Ja, genau. Und zwischendurch sieht man da nochmal so ein, so ein, so paar Szenen, dass es so leicht Widerstand schon gibt zwischen den, ähm, Insassen des Lagers und dem Militär. Da mischt sich nämlich dann auch dieser, ähm, Commandant oder wie, äh, wie er genannt wird von so einem Soldaten, mischt sich ein, als so ein Soldat eine Waffe auf einen Zivilisten hält. Das sind irgendwie immer die, die drei Gleichen, die immer mal wieder irgendwo auftauchen. Der eine Ältere mit den grauen Haaren und irgendwie. Der immer schießen will. Nee, nee, ich meine nicht die Soldaten, ich meine die Zivilisten. Ach so. Da ist ja auch so ein älterer. Da gab es auch diese reiche Familie, die sich aufgeregt hat, dass sie den Kackzelten nehmen müssen. Den geht's auch. Genau. Und die treffen da irgendwie aufeinander und das, das klärt dann erstmal dieser, dieser Kommandant. Da dachte ich eigentlich nicht, dass er der Böse ist, sondern der. Ja, da wird er noch so als der ruhige Vermittelte eingeführt. Mhm. Da gibt's aber auch schon so eine Szene, wo er irgendwie unter so einem Zaun durchklettert kurz danach. Das hab ich nicht so richtig verstanden. Da trifft sich doch der Buddy von dem Feuerwehrmann mit dem. Ja. Ja, das, das hab ich auch nicht verstanden. Also, weil, weil, weil da aus der Szene raus wurde irgendwie klar, ja, okay, da passiert gerade Shady Business. Ja. Aber, aber was genau, hab ich, hab ich nicht kapiert. Weil der fragt ja dann. Haben die da nicht diese, haben die da nicht diese Pässe verkauft, mit denen man rauskommt? Ja, aber von, was, das hab ich eben nicht. Der, der Kommandant redet da mit irgendeinem Soldat, fragt, hast du den gefunden? Und ja, hier sind die Pässe und, aber, aber wen? Und welche Pässe, und was macht der damit? Ich hab's nicht verstanden. Also, ich glaube, er hat da diese, diese, diese Freiheitspässe, die halt sagen, dass du nicht infiziert bist, äh, hat er quasi verkauft an, an wohlhabende Familien, damit die quasi von dieser Quarantäne-Einrichtung wieder rauskommen. Achso. Mhm. Okay. Also, zumindest hab ich mir das so erklärt. Ja, ja, also, Worte halt zumindest, klar, er macht irgendwas, was nicht cool ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass der, der Plan jetzt von der Ärztin ist, sie will das an ihrer Tochter testen, das hast du ja auch schon gesagt, und das will sie jetzt auch in die Tat umsetzen. Und da gibt's dann noch so eine Szene, wo sie fast erwischt werden, als auf dem Weg dahin, weil nämlich zufällig gerade da so ein Trupp Soldaten kommt und sucht nach der Nummer, die die Tochter hat, weil da ist nämlich der Test jetzt positiv. Aber da stellt sich dann wieder der Feuerwehrmann in den Weg und sagt dann, das wäre sein. Das Helfer-Syndrom durch. Ja. Nachdem ihm sein Kumpel erzählt hat, du, ich hab gehört, die bringen die Leute da alle in den Keller und erschießen die. Ja. Vorher hieß es ja, die würden da behandelt werden, aber ja, dann, diese Rumors verteilen sich halt immer mehr, dass die Leute da einfach entweder so lange zusammengepfercht werden, bis sie tot sind oder halt sofort erschossen werden vor Ort. Ja. Da sagt auch die Ärztin ja noch in dem Gespräch, dass die das gar nicht für so unwahrscheinlich hält. Mhm. Ja, und ich dachte, der hätte das ja völliger Quatsch, warum sollten die denn sowas machen? In solchen Pandemiesituationen würden Regierungen natürlich niemals zu solchen harten Mittel greifen. Epidemi. Na ja. Nice. Genau, aber er verschafft ihr dann genug Zeit, dass sie verschwinden kann. mit dem Kind und führt dann sozusagen, was heißt denn, ja, keine Versuche, sondern ja, im Prinzip schon, gibt ihr dann das Antigen oder Antimittel, Antivirus. Ja, genau, das Blut von Monsai. Ja. Während dann auch schon von draußen gegen die Tür gerumst wird, weil sie dann doch irgendwie merken, dass sie da drin ist und die Tür eben zu ist und ja. Ja, dann stellt sich, also dann ist ja auch klar, dass ihre Tochter infiziert ist und die Tochter wird dann quasi in diese Quarantäne-Zone gebracht. Genau. Wo halt auch der Feuerwehrmann aktuell ist. Aber der Zuschauer weiß schon, wahrscheinlich ist sie dann jetzt sozusagen, hat sie das Mitteljahr bekommen. Könnte klappen. Könnte klappen. Ja. Ja. Und der wiederum sucht ja dann nach ihr dort. Weil die haben ja noch, die haben vorher so ein Handy ausgetauscht, ja? So, so Walkie Talkies. Ach, es waren Walkie Talkies. Okay. Mhm. Und da haben die so Kontakt, zwar keinen guten Kontakt, je nachdem, wo er gerade ist, unterirdisch oder wo das ist, in den Katakomben vom Stadion. Aber sie haben dann immer mal wieder Kontakt. Und er sucht dann da die Tochter, findet sie aber erstmal nicht. Nee, der ist ja erstmal eingesperrt. Der macht erstmal gar nichts. Wenn er freigelassen wird, dann läuft er unten rum und sucht die Tochter. Und findet sie ja dann darüber, hat er ja kurz vorher so ein Gespräch mit einem, der da arbeitet, weil die da schon Leute irgendwie in Säcke einpacken, die noch nicht mal tot sind. Ja, und sie dann sagen, ja, der lebt sowieso nicht mehr so lange. Ja, aber so gut wie. Ja, genau. Außerdem habe ich gleich Pause. Ja. Und findet sie dann da auf dem Band zum Ofen. Ja, die werden ja, die haben ja quasi, das ist ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fußballstadion, wie noch ist es ein Sportstadion. Und die haben ja den gesamten Rasen ausgegraben und verscharren einfach zu Tausenden die Leichen oder Baldleichen in diesen Plastiksäcken, schmeißen die einfach in dieses ausgehobene Stadion und kippen dann wieder und zünden sie an und kippen dann hinterher wahrscheinlich wieder Erde drüber. Ja, aber so ein Riesenkram, genau. Ja. Und dann laufen da halt Soldaten mit Flammenwerfern durch und zünden halt die Plastiksäcke mit den Leichen an. Und das fand ich, war tatsächlich, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, als er dann diese Stadiontreppen hochgeht und man dann diese Totale sieht, wie sie halt dieses komplette Stadion ausgegraben haben und dann wirklich zu Tausenden und Zehntausenden diese Leichensäcke liegen. Das fand ich war schon, also damit habe ich nicht gerechnet, das war schon ein starkes Bild in dem Moment. Ich habe mich da allerdings gefragt, warum sucht er denn dort nach dem Kind, weil wenn sie da ist, ist sie ja tot. tot, aber das liegt wahrscheinlich genau da dran, weil er ja vorher gesehen hat, dass nicht unbedingt die Leute tot sind, wenn sie da hingehört werden. Und findet sie dann auch schließlich, weil er das Telefon, sie hat so ein Mobiltelefon, wo so ein Spiel drauf ist oder das kann, ich weiß nicht, ob es ein Mobiltelefon ist, auf jeden Fall so ein kleines Computerspiel. Macht auf jeden Fall drauf. Genau, und das hat sie für sich eingeschaltet in diesem Sack. Ja. Wahrscheinlich, um sich abzulenken oder so. Und dann findet er sie und bringt sie da auch raus mit Gegenwiderstand der anderen. Und dann stürmen aber hinter ihm auch die anderen in Quarantäne steckenden Menschen aus dem Stadion, aus dem Keller die Treppe hoch und sehen halt, was da oben passiert. Ja, und dann geht es halt ab. Genau, da gibt es ja noch so mehrere Szenen, wo dann irgendwie so Konfrontationen stattfinden. Ja, da trifft ja noch dieser eine junge Soldat seine Mutter oder seine, ja, ich glaube seine Mutter. Tja, jetzt ist irgendwie 30 Minuten lang Alarm, finde ich. Ja, genau. Ja, man sieht dann halt, wie, genau, wie du sagst, wie halt mehrere Charaktere dann auch zum Teil sterben oder dieser eine Soldat wird ja auch von seinem Vorgesetzten erschossen, weil er halt potenziell infiziert ist. Und der andere sieht halt seine Mutter in diesem Todestrakt und nimmt dann die Maske ab und nimmt sie in den Arm, wodurch er natürlich dann auch quasi, ja, außer Gefecht gesetzt ist. Ähm, ja. Ja, also die letzte halbe Stunde des Films, da ist einfach alles schlimm. Und das wird jede Minute schlimmer als die davor. Es eskaliert jetzt die ganze Zeit. Die Stakes werden immer höher. Ja, und es jagt auch dann eine Tragödie die nächste. Es gibt dann nochmal so eine kurze Beruhigung, wenn dann die Ärztin und die anderen Ärzte geflohen sind und das versuchen sie ja jetzt, also die Beruhigung danach. Das versuchen sie ja jetzt und dabei kommt Monsei noch um. Ja, weil nämlich der überlebende Bruder ihn findet und ihm dann ein Messer in den Bauch rammt, weil er ihn natürlich für den Tod seines Bruders verantwortlich macht. Und die ganze Zeit quasi den Film über nur auf der Suche nach Monsei war, um sie an ihm zu rächen. Und schafft es dann. Der hat auch gar nichts kapiert, der Typ. Nee, wirklich nicht. Was ein Tropel. Ja. Ja, und er wird dabei, glaube ich, auch erschossen von einem Soldaten. Genau, aber er schafft es halt noch, den anderen anzustechen. Anzustechen. Und ja, Monsei verblutet dann halt in diesem Wagen. Und ja, damit ist quasi im ersten Moment die Chance auf eine Heilung dann schon wieder weg, weil natürlich der hier Patient Null oder beziehungsweise derjenige mit den Antikörpern ist halt tot. Aber Blut, er hat auch noch das Blut. Das ist doch bestimmt gut. Nein, nein, das ist nicht mehr gut. Kein gutes Blut. Wegen dem Messer, das war dreckig. Ja, das war dreckig. Ah, verunreinigter Antikörpern. Aber es ist ja dramaturgisch total sinnvoll, dass das jetzt passiert, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass jetzt alle unbedingt die Tochter brauchen. Richtig. Aber genau, das sagt die Mutter ja dann schon, die Ärztin, dass es da Hoffnung gibt, aber sie weiß natürlich auch noch nichts. Genau. Deswegen fliehen die jetzt erst mal, um da rauszukommen, weil da jetzt der Aufstand tobt und fliehen dann aus Bundan raus mit diesem Auto. Ist ja nur ein Auto, glaube ich, oder das ist ein Konvoi. Keine Ahnung. Nee, das ist dieser Lieferwagen. Bundan heißt es, oder? Der Stadtteil. Da fliehen die dann raus. Über die Autobahn, genau. Und dann wird es nochmal ein bisschen ruhiger, wenn sie dann dort wieder hinkommen, wo auch der Professor ist und so. Das dauert jetzt schon sehr lange hier erstmal, dieses Chaos. Und dann ist erstmal nochmal so ein bisschen eine ruhige Phase, während sich die anderen sammeln. Der Mob. Der Mob. Um den Kommandanten. Dann kommen aber die Kampflieger. Die kommen dann später. Erst mal zum Schluss. Genau, erstmal. Ich meine, nach dem Luft holen. Ja, das stimmt. Die kommen dann quasi aus der Luft. Die werden quasi aus der Luft geholt. Ja. Nee, dann kommen sie auf diesen Highway, der aus der Stadt rausführt. Oder in die Stadt rein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Stadion liegt. Naja, zwischen Seoul und Bundang ist das der Highway halt irgendwie. Ah, okay. Verbindet die Stadt mit dem Vorort. Und der Tochter geht es dann auch so langsam doch ein bisschen besser. Genau. Immer noch getragen oder weiß nicht, ob sie schon läuft vom Feuerwehrmann. Genau. Aber der andere Fatzke, der Kommandant, hat natürlich, also der kriegt ja raus, dass sie eventuell jetzt hier die neuen Antikörper hat. Und er denkt dann natürlich erstmal mit seinem Geldbeutel. Weil dieses Mädchen ist ja jetzt unglaublich viel Geld wert. Und greift ja dann den Feuerwehrmann an, um eben, ja, das Mädchen an sich zu bringen und wahrscheinlich Gewinn bringen zu verschaffen. Ja, ich glaube, es geht ihm hauptsächlich darum, dass er das Antigen kriegt, weil er ist ja auch infiziert. Das sieht man vorher. Stimmt. Als er in dem Humvee oder LKW sitzt, sieht man ja den Ausschlag an seinem Hals oder am Arm. Nicht, dass es ihm irgendwas bringen würde, wenn er das Mädchen hat, weil er, glaube ich, nicht weiß, wie man ein Mädchen benutzt, um ein Antigenen zu bekommen. Ja, aber vielleicht kann er sich auch einfach das Blut spritzen. Hat der nicht mal eine Spritze? Keine Ahnung. Ja, er trinkt das dann halt. Ja, genau, als Vampir. Ja, alles gut. War auf jeden Fall irgendein Plan, muss er gehabt haben mit dem Mädchen. Vielleicht wollte er es auch verkaufen, aber ich glaube eher, das ging eher in die Richtung, dass er geheilt werden will. Ja, ich glaube, er war schon persönlich motiviert. Ja. Er schafft sich dann auch fast den Feuerwehrmann außer Gefecht zu setzen, aber dann kommt ja seinen Comic-Relief-Partner ihm zu Hilfe und rettet ihn. Mhm. Und wird dabei, glaube ich, auch verletzt. Angeschossen, glaube ich. Aber so schlimm war es anscheinend nicht. Ja. Und dann, es kommen ja immer wieder dann auch zwischen Umschalten in diesen Krisenstab, da ist ja auch sogar der Präsident von Südkorea drin. Das ist aber ein sehr sympathischer junger Mann. Ein junger, schneidiger Typ. Ja, finde ich auch. Der wird aber... Der zwar Präsident ist, aber trotzdem nicht sagt, nee, wir machen das so, wie ich möchte. Wisst ihr, wie da die politische Regelung in Südkorea ist? Wer ist denn da jetzt wichtiger? Ist der Präsident sowas wie bei uns der Bundespräsident, der quasi nur so nach vorne gezeigt wird? Oder ist der Premierminister bei denen derjenige, der quasi keine Macht hat? Gute Frage, weil der andere steht hier bei der Rolle Ministerpräsident. Ich dachte immer, das wäre der Verteidigungsminister. Das dachte ich auch. Oder ja, der Ministerpräsident, der Premierminister. Der Prime Minister im Englischen. Ich weiß halt nicht, eventuell hat der ja auch fast holle Macht. Ja, genau. Ja, das weiß ich nicht. Aber wenn der Präsident keine Macht hat, dann hat er da doch nichts verloren. Dann soll er Siegerurkunden unterschreiben gehen. Ja, wahrscheinlich muss er aber dann am Ende die Rede halten. Er hat ja sogar schon die Verantwortung übernommen. Ja, am Ende. Boah, ja. Oder? Ja, hat er auch am Anfang schon. Er hat auch schon am Anfang in der Fernsehansprache gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Das heißt zwar nichts, weil wir machen jetzt einfach weiter. Genau. Ja, und genau, jetzt geht es hier nochmal irgendwie zwischendurch, sagt er dann jetzt halt nochmal, sie sollen doch bekannt geben, dass es ein Antimittel gibt, weil das wird die Leute beruhigen. Da wissen sie ja noch gar nicht, dass es ein Antimittel oder ein Gegenmittel gibt. Ja, sie wollen halt diesen Aufstand, wollen sie irgendwie loswerden, niederschlagen. Genau. Weil mit moderaten Mitteln und als das nicht klappt, lassen sie ja dann den Highway nach Seoul mit einer Straßensperre und mit bewaffneten Soldaten halt schließen. Ja. Und als dann dieser Mob sich so langsam in Richtung Hauptstadt bewegt, ja, beginnen sie dann eben den Vormarsch des Mobs zu stoppen mit allen Mitteln. Also erstmal schießen sie ja, glaube ich, in die Luft oder auf die Straße, dann haben sie ja so eine komische gelbe Linie auf die Straße gemalt, so nach dem Motto, wenn die Leute diese Linie überschreiten, dann ist eben, das ist feuerfrei, dann dürft ihr machen, was ihr wollt. Und, äh... Das wird ja sogar, glaube ich, als erstes ein Soldat erschossen dann. Und dann schießen die mit allen Waffen zurück. Genau. Ja. Was sie haben. Die haben das ja an so einer Brücke dann irgendwie gesperrt. Sie stehen oben auf der Brücke mit Panzerfahrzeugen und auch barrikadiert und schießen sie halt da runter. Und... Der Mob rückt halt in so einer, also wirklich in so einer großen Gruppe nach vorne. Und, äh, in dem ganzen Tumult ist ja dann, die Mutter ist ja, glaube ich, schon hinter der Absperrung. Genau. Weil sie ja mit dem Auto dann noch durchfahren durfte mit den ganzen Ärzten. Und als sie dann ihre Tochter sieht, rennt sie halt durch die Absperrung, durch die Soldaten durch und dann halt in Richtung von diesen, von diesen Zivilisten, die eigentlich nur aus der Stadt raus wollen oder aus dem Gebiet raus wollen. Und, äh, kommt dann ein bisschen so ins Kreuzfeuer und fängt sich eine Kugel ein. Aber nur in die Schulter. Ja, aber es ist schon, sieht schon nicht so geil aus, muss man sagen. War ja auch nur ein Maschinengewehr. Ja, aber im Film weiß man ja eben, wie du sagst, also ein Treffer in die Schulter, das ist nix. Nur ein Streifschuss. Ja. Fleischwunde. Genau. Ja, und dann... Ja, und er, der Feuerwehrmann, sieht ja dann diese Überwachungskamera an der Seite der Straße, die sich bewegt und denkt dann, oh, wir werden beobachtet. Es ist vielleicht eine kluge Idee, das Mädchen mal hochzuhalten und hält dann halt dieses Mädchen in die Kamera und dann erkennt der, einer der Wissenschaftler in diesem Krisenstab, erkennt dann eben das Mädchen wieder und sagt dann eben, das ist das Mädchen mit den Antikörpern. Und dann, die Politiker sind natürlich erstmal nicht so begeistert davon, weil das ist natürlich wieder nur eine Chance und man weiß natürlich nicht, ob das wirklich so ist und wie ist die Gefahr, wenn wir das Mädchen das raus, oder all die Leute quasi rauslassen. Und bei der Gelegenheit kann man jetzt ja nochmal erwähnen, dass zwischenzeitlich dieser Typ von der WHO anscheinend amerikanische Kampfjets herbeinbefohlen hat, um die Leute jetzt alle, alle mit Raketen zu, zu, wie sagt man denn, mir fällt kein medizinischer Ei. Versorgen. Dekontaminieren. Ja. Was soll ein Quatsch ist. Und dann, also das ist schon so eine Quatscheskalation, die auch in sich gar keinen Sinn macht, weil dann im Gegenzug ja der Präsident dann die, die koreanische Flugabwehr mobilisiert. Was auch keinen Sinn macht. Die, die auch innerhalb von 30 Sekunden, äh, direkt, direkt bereit ist. Und dann. Ja, also ich, also es ist ja so, dass er sagt, eigentlich heißt es ja, er hat keine Macht und er kann sich dagegen nicht wehren, aber er sagt dann halt, aber im Krisenfall hat der, der Präsident die alleinige Kontrolle über die Luftabwehr der Hauptstadt. Das, keine Ahnung, das stimmt, aber das ist halt so sein Ass im Ärmel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in Südkorea die Luftabwehr innerhalb von 30 Sekunden bereit ist, weil man nie weiß, was von Norden her angeflogen kommt. Ja, aber. Und Seoul ist sehr nah an der Grenze. Ja, aber. Ja, aber. Er hätte die Flugzeuge abschießen können, er hat aber so lange gewartet, bis die auf jeden Fall die Bomben hätten abwerfen können. Ja, und er hat aber auch sein, er hat den, der hat eindeutig den Befehl gegeben an die Luft, äh, an die, an die Flugabwehr, dass sie schießen sollen. Ja. Und sie haben es nicht getan, weil sie ja irgendwie gewusst haben, dass die da einfach nur drüber fliegen und die Raketen gar nicht abfeuern. Das meinte ich, das heißt, sie hätten sie maximal noch abschießen können, nachdem sie die Raketen jetzt abgefeuert hätten. Aber die haben ja auch bis zum letzten Moment gewahrt, die waren ja gefühlt schon über dem Ziel drüber und haben immer noch nicht geschossen. Ja. Vor allem, die müssen ja heutzutage gar nicht nah ran. Nee, die hätten ja quasi vom Flugplatz aus feuern können. Ja. Aber immer noch bedenken, der Film ist ja jetzt auch schon neun Jahre alt. Das stimmt. Ah, echt. Also von der WHO, das ist ja ein Quatsch. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Natürlich ist das Quatsch. Aber ich fand die auch machen, diese Szene. Echt schön. Lass ihn doch einfach böser, böser Amerikaner sein. Wer kommt denn auf die Idee, dass die WHO, also das ist doch Unsinn. Ich hätte auch gedacht, das wäre so ein CIA-Typ oder vielleicht der Botschafter. Ja. Oh, der hätte, der darf das. Jemand mit tatsächlicher Macht und nicht ein Vertreter der WHO. Die WHO, die hat doch überhaupt gar nichts zu melden. Aber sie hat Flugzeuge offensichtlich. Darf Anweisungen an amerikanischen. Nee, die haben amerikanische Flugzeuge, die, glaube ich, in Japan gestartet sind oder so. Keine Ahnung. Kann schon sein, dass sie in Südkorea auch stationiert sind. Aber mal von der Vorgeschichte dieser Szene abgesehen, fand ich die tatsächlich in dem Moment relativ gut. Weil ich fand es halt schön, wie der Präsident halt dazu einsteht und dann sagt, dass die Leute auf der Brücke, das sind meine Leute und nicht ihre Leute. Und sie haben da überhaupt nichts zu sagen. Und dann dieser kurze Dialog am Ende, wo dann hier Snyder meinte, Mr. President, I officially warn you. Und der Präsident sagt ja nur, Mr. Snyder, I officially warn you, I will shoot them down. Und dann sieht man halt, wie die beiden sich einfach nur angucken. Und dann, ja, gibt Snyder halt nach. Aber ich fand die Szene nicht. Aber ich kann das jetzt halt echt nicht mehr. Genau, bis wir wussten, dass der von der WHO ist. Dass der von der WHO ist. Ja, ich warne dich. Ja, womit denn? Also, ich kann das jetzt nicht mehr so richtig ernst nehmen mit dem Wissen, dass der von der WHO sein soll. Vorher dachte ich mir schon, ja. Also, wenn die USA mal fest mit dem Fuß auftreten und sagen, nee, du machst jetzt, was ich will, dann muss man sich das gut überlegen, ob man das nicht macht. Vielleicht war das ja auch gar nicht seine Idee. Vielleicht haben die Amerikaner ihn gezwungen, das zu sagen. Ach so, damit er offiziell die Verantwortung übernehmen. Nee, der Präsident hat doch gesagt, übernimmt die Verantwortung. Ach ja. Danach gibt es ja noch was. Genau, am Ende sagt er dann der Typ von der WHO, ich werde aufs Schärfste, aufs Schärfste werde ich Beschwerde anlegen. Ja, ja, mach das. Ja, sowas erwarte ich von der WHO nämlich. Perfax. Aber darauf sagt, nee, ich glaube, also im Deutschen hat er doch irgendwie, das war ja sogar noch so ein bisschen versöhnlich, das Gespräch danach zwischen dem Präsidenten und dem, weil er hat dann gemeint, sie wissen, dass ich da jetzt Beschwerde einlegen muss oder so. Und dann sagt der Präsident noch, ja, ja, ich weiß. Ja, auf jeden Fall wird nicht geschossen und das Heilmittel wird in die Arme der Mutter gegeben. Es ist ja tatsächlich so, dass der Film ja dann damit endet, dass wir gar nicht wissen, ob ein Heilmittel überhaupt entstehen kann, sondern der Film endet ja tatsächlich damit, dass Kranken wegen und Ärzte in diesen Vorort gefahren werden und die Leute quasi weiter versorgt werden, statt sie einzupferchen. Und man eine kurze Textbox bekommt, dass das Mädchen quasi zur Entwicklung eines Heilmittels an die Wissenschaftler übergeben wurde. Aber ob das jetzt funktioniert oder nicht, das wissen wir natürlich überhaupt nicht. Ja, aber die Stimmung zum Ende ist schon so. Ja, das stimmt. Also hier, die Hilfe kommt, 100.000 Helikopter und Krankenwagen und ja, ja, das wird schon alles gut. Der Präsident, ach nee, Moment. Ja, der schicke junge Präsident. Ich habe aber auch wirklich schnieke. Ohne Macht. Außer über die Luftabwehr der Hauptstadt. Da fand ich, aber muss ich nochmal so sagen, da fand ich ein bisschen verschenktes Potenzial. Man sieht ja immer wieder aus quasi aus dieser Computersicht der Luftabwehr die Flugzeuge, wie sie angepeilt werden. Da hätte man eigentlich tatsächlich auch nochmal die Piloten zeigen sollen, wie sie merken, dass sie quasi von der Luftabwehr angepeilt werden, weil ich glaube nicht, dass die in dem Moment damit gerechnet haben, von der koreanischen Luftabwehr angepeilt zu werden. Ja. Da hätte man nochmal so ein bisschen mehr Druck aufbauen können. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens nachgeguckt und in Südkorea, also das ist nicht Präsident wie bei uns. Okay. Also der Präsident, er nennt und leitet die Regierung an, das heißt, er kann da völlig freischalten. Der Oberbefehlshaber des Militärs, nicht nur in Krisenzeiten, die Flugabwehr von der Hauptstadt. Also der hätte schon ganz am Anfang sagen können, ich bin Präsident, wir machen das, wie ich möchte. Aber du weißt ja immer, wie Politiker sind, wenn die Lobby dahinter nein sagt, dann sagen die auch nein. Vielleicht wollte er Präsident von der WHO werden. Das kann sein. Vielleicht war das der Präsident von der WHO und gar nicht von Korea. Oh mein Gott. Ein Post mit wirklicher Macht. Oh Gott. Der Mr. Snyder hat die Flugzeuge, aber ich habe die Luftabwehr über Seoul. Okay, ja, dann Happy End. Bis auf die vielen Toten natürlich. Ja gut, aber das passiert halt manchmal. Ja, dieses. Man kann in Zeiten von Unruhen Verordnungen mit Gesetzescharakter erlassen. Okay. Entschuldigung. Nö, erzähl weiter. Interessant. Ja, aber nur, wenn die WHO dem zustimmt, oder? Wer jetzt, die WHO, oder was? Oder der Präsident? Nein, der Präsident in Südkorea. Aha, das war ein Witz. Hm. Ja. Okay. War ja schon so ein bisschen Zombie-Apokalypsen-mäßig, wie die dann auf der Autobahn da ankamen, oder? Aber Absicht nicht. Der Film hatte immer wieder Zombie-Apokalypsen, weil es nicht. War auch, glaube ich, Absicht. Ja. Ich finde, diesen bösen Kommandanten hätte es gar nicht gebraucht, unbedingt. Hm. War dann halt nochmal so ein Gegenspieler hinterher für den Feuerwehrmann, aber. Ja, mit dem Virus hat es eigentlich schon ein Gegenspieler genug. Man hätte jetzt nicht noch menschlichen Gegenspieler einbauen müssen. Wie war das denn bei Outbreak? Da war doch Donald Sutherland so ein bisschen der Böse, der die Bombe abwerfen wollte, oder? Outbreak, ich kann mich nicht mehr erinnern. Den habe ich viel zu lange nicht mehr gesehen. Okay, da war doch auch so ein amerikanisches Dorf. War so ein amerikanisches Dorf. So ein Ebola war. Ähnlich Ebola. Sutherland war der. Sutherland wollte diese Moab, Mother of All Bombs, abwerfen. Die größte, nicht-nukleare Bombe. Kommissionelle. Genau. Das war da so der Gegenspieler dann am Ende. Und hier war es, ja klar, hier war es auch irgendwie wieder das Militär und, aber hier war noch dieser Anführer sozusagen dann auch noch dabei. Okay, und dann kommt wieder so ein bisschen was, was zu dem, finde ich jetzt, zu dem ganzen Film wieder nicht so gepasst hat, dass man beim Abspann, während die Musik schon lief, das war auch wieder, das macht man doch eigentlich nur bei Komödien, oder? Dann, da gab es doch nochmal so ein Happy-End-After-Szene. Das habe ich gar nicht gesehen. Echt? Okay. Ich habe den Abspann nämlich nicht zu Ende geguckt. Ah, das kam aber direkt am Anfang. Ah, nee, ich habe hier Helikopter fliegen. Echt? Die Stadt, es kommt der Abspann und dann habe ich den Film ausgemacht. Da muss ich mal erzählen, was dann noch kommt. Ja, erzähl mal. Dann ist dann nämlich eine Frau, deren Rock im Bus eingeklemmt ist. Natürlich. Natürlich, weil, und dann muss der Feuerwehrmann, will die natürlich wieder retten, weil ihr Rock ist ja im Bus eingeklemmt. Aber, dann muss er gehen, weil nämlich die Ärztin und ihre Tochter schon warten, weil sie nämlich jetzt in den Urlaub fahren wollen. Und dann kommt deswegen sein Buddy-Kumpel wieder und reißt der Frau den Jock kaputt. Und hat endlich Kontakt mit einer Frau. Genau. Und guckt dann wahrscheinlich auch das Wuhu. Genau, und dann ist es fertig. Das hätte man sich sprangen. Das ist Jackie Chan. Ja, ohne Quatsch. Ach ja, nein, gut. Habe jetzt nichts Essentielles verpasst. Endlich hast du mal eine After-Credit-Szene verpasst. Wobei, das war nicht mal After-Credit, oder? Das war doch direkt, da hast du direkt den... Ja, ich habe direkt ausgemacht, ja. Aber ja, naja, gut. Hat auch ohne die Szene funktioniert. Da weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Ich würde sagen, ja, da hat er wahrscheinlich sogar besser funktioniert. Also, ich bin kein Fan von diesem Mix tatsächlich, was ihr irgendwie positiver vorgehoben habt. Ich fand das sehr, sehr seltsam. Aber vor allem am Anfang, Ben hat ja schon gesagt, das wird hinterher, ist es nicht mehr so wichtig. Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, was ist das für ein Film? Ja, der Anfang ist wirklich... Also, wenn man nicht weiß, was einen bei koreanischen Produktionen erwartet, dann könnte der Anfang tatsächlich bei einigen Leuten dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr weitergucken wollen. Ja, und man muss das halt auch mögen. Ja, das stimmt. Also, wenn man mit diesem überzeichneten Spiel dann nichts anfangen kann, dann funktioniert das einfach nicht, finde ich. Ja, wie gesagt, hat mich hinterher dann nicht mehr gestört, weil es auch seltener war. Aber ich wusste schon immer, wenn wieder diese zwei zusammenkommen, dann kommen wieder... Nicht zusammen in einer Zeit. Ja, was sagt ihr? Ja, ich habe gerade noch nach Fun-Facts geguckt, aber Ben hat es ja schon genannt, eigentlich, dass der Film eigentlich schon von 2013 ist, aber nur gemeinsam mit Covid zu uns gekommen ist. Ja, und dass der Titel Pandemie-Quatsch ist, haben wir ja auch schon genannt. Ja, also, ich war... Also, ich finde den Film nett. Ähm, ich habe aber tatsächlich, also, ich kann jetzt schon sagen, mir wird es nicht so gehen, dass ich den Film mir regelmäßig anschaue. Also, zum einen habe ich tatsächlich kein... Ich habe kein großes Bedürfnis nach der Thematik gerade. Und zum anderen, also, so spektakulär gut fand ich ihn jetzt dafür auch nicht. Also, ich fand den unterhaltsam. Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr geguckt habe, auch wenn er ein bisschen zu lang war, finde ich. Aber der war lustig halt. Also, ich war gut unterhalten, dass es einfach, ich stehe da schon drauf, auf diese Art Filme zu machen. Okay. Also, ich fand ihn auch okay, man konnte ihn sich angucken, aber ich fand, mit Parasite kann man ihn nicht vergleichen. Also, Parasite ist aber noch mal ein ganz anderes Kaliber. Ist ja auch ein ganz anderer Regisseur dahinter. Ja, aber auch ein koreanischer Film. Du hattest es ja am Anfang auch damit verglichen. Ja, gut. Und deswegen habe ich es jetzt auch damit verglichen. Das ist ja kein Argument. Was sagst du? Du hast es ja eigentlich am Anfang schon gesagt. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich mag den immer noch. Ich gucke ihn mir halt immer wieder sehr gerne an. Und für mich funktioniert der einfach als Gesamtpaket. Der Anfang ist halt ein bisschen ... Aber beim zweiten Mal gucken ist es mir egal, weil da weiß ich ja, dass es bald vorbei ist. Von daher kann ich mir die zehn Minuten am Anfang dann auch angucken. Aber ich mag den Film einfach. Der funktioniert bei mir. Die letzten zehn Minuten funktionieren bei mir besonders gut. Allein die Szene, wenn das Mädel sich vor die Mutter wirft und die Soldaten anschreit, doch bitte nicht mehr auf ihre Mama zu feuern. Ach, das ist aber gar nicht. Zehn Minuten lang. Nee, im Bild, ja. Zehn Minuten lang. Aber das würde mir normalerweise, würde mir das total negativ aufstoßen. Aber irgendwie bei Korea-Filmen denke ich mir, ja, natürlich. Und noch mehr Tränen und weinen und schreien. Warum wird sie nicht doch mal gezeigt? Ja. Ja. Okay. Ja, ich kann kaum noch was dazu sagen. Außer vielleicht schaut ihn vielleicht auch nicht auf Deutsch an. Ich kann nicht nichts zu sagen. Ja. Ich finde, das ist immer unterhaltsam, die Filme im Originalton zu gucken. Man muss halt dann die ganze Zeit Untertitel lesen. Ja, genau. Aber wir hatten ja schon gesagt, diese Stimmung am Anfang, die lag jetzt nicht an der deutschen Sync-Show. Vielleicht wird sie dadurch nochmal besonders schlimm, weil man dann tatsächlich vielleicht so ein Fallback zu Jackie Chan bekommt. Aber, ja, das war halt einfach so, dass es so ein bisschen schräg war. Ja, aber wenn es den Film mal bei dem Streaming-Anbieter, der über den mal persönlich verfügt, gibt, kann man den Film schon mitmachen. Okay. So viel dazu. Gibt es sonst noch irgendwelche Worte? Nö, das ist jetzt nichts. Ich hoffe, dass man sich niemals mit der WHO anlegen sollte. Das war ein schönes Schlusswort und dann sage ich auch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschau.